Ja, wir sind heute nochmal hier gewesen, um einfach ein Zeichen zu setzen, um klar zu machen, dass wir das mit uns in der Form nicht machen lassen. Wir wollen einfach nochmal zeigen, dass wir uns auch ein bisschen im Stich gelassen fühlen, speziell hier von Thyssenkrupp. Und wir hoffen, dass das, was jetzt vereinbart worden ist, auch in den nächsten Jahren und wenn wir Glück haben, darüber hinaus eingehalten wird.